Jo, da ist das ein Lähm hier. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Da wären wir wieder zu einer weiteren Folge in Nioh. The Dragon of the North. Äh, ja. Warum sind wir jetzt wieder hier? Das kann ich euch sagen. Ich musste speichern, weil ich wurde unterbrochen bei der Aufnahme. Hatte was Geschäftliches zu erledigen. Und? Hi. Au, das war das erste Mal, dass ich eine Nio-Mission... Ich hab's ja... Allgemein muss ich zugeben, ich hab noch nie eine Mission so abgebrochen, dass ich mir die Konsole aber ausschalten musste. Zur Hölle. Und... Ich dachte schon, ich darf den ganzen Dreck jetzt nochmal machen. Aber ich hab mich Gott sei Dank geirrt. Hey. Na. Na, 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 na. Ei, das ist nicht besser. Das ist überhaupt nicht besser. Ah. Na, na, na. Na, na, na. Na, du elendige. Warten. Warten. Warten jetzt. scheiße siehst du aus bist du denn bist du denn darstellen gar nicht gewusst der fasching ist so dass wir jetzt immer ein bisschen bitchig dass ich mich über waschings kurs die lustig gemacht habt hast du mich gar nicht pariert war dir das aber jetzt kriegst du mir nichts verkehrt oder bei der vorne war noch so ein lang als typ entschuldigt mich bitte eine sekunde es gibt da was es muss ich will ich unbedingt mal nachschauen bitte 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 stimmt oder war ja was das ist da unten da bin ich auch noch falsch wenn du ein langer als bist dann lasse ich dich stehen scheint wohl nicht oder komm her wandelnde kloake da da block genau da da kommt mir jetzt wir haben mich jetzt schon wieder gesehen also und der der hauptmann da der ist wie blind wenn ja scheiße der koppel hat preis der koppel hat so mein gott da da jetzt stirbt doch einfach was da hoch muss ich auch noch da war ja zugesperrt hat ging ja noch nicht da drüben kann ich glaube immerhin ach nee du so wichtig kann das gar nicht sein was da licht ich will jetzt hier auch nicht ewig zeit scheiße okay streichen wir das nee ich hatte eigentlich gedacht wer kann ich noch mal kurz zurückwuseln schauen ob der typ da ist der hier der dieses dämonenkönig set so viele teile für mich gedroppt hat aber nein 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 einfach nur nö einfach nur nö nein einfach nur nein da habe ich jetzt nicht keinen buch dort noch mal einfach weiter das ist er mir jetzt zu nee was 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 ist jetzt ach so ja ja ich auch um ja come here come here Puh. Au. Lass doch mal den Scheiß. Nein. Uh-uh. Hm. Okay. Hier waren wir ja beim letzten Mal ungefähr. Hm. Da! Und der... Hm. Haha. Hm. Ich da jetzt hier irgendwie mein... Das heilt mich sogar. Also das Schwert ist schon echt extrem geil. Da gibt's nix. Insofern ich mal Amrita oder so aufsammle. Dann bekomme ich diesen Buff und dann... Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Ja ja. Komm her. Komm her. Komm her. Du sollst da her. Na. Und... Finisher. Oh. Oh. Na da. Ich möchte gerne meinen... mach das nicht. Das da. Ja. Ja. Wo war hier der Shortcut? War das hier? In der Tat. Aber erstmal... Was wird das jetzt? Oh wow toll. Hab ich da nicht grad nen Debuff auf die gecastet? Mein Elementarschaden ging dir noch irgendwie... Ar... Arsch. Vorbei. Nein. Nein. Nö doch nicht. Das sehe ich jetzt gar nicht einfach, ob ich der Dreck aufsammeln soll. Nur für... Lide Kosane oder irgendwas. Keine Ahnung. Oder Kyokudama. Puh. Okay. Ja. Kein Leim. Schon... Was? Schade, dass es nicht geht. Aua. Da. Da. Schrei. Da ist noch einer. Okay. Kann ich mitleben. Du hast das jetzt nicht gerade gemacht, oder? Das hast du jetzt nicht gerade getan. Ich hab das hier in grün, dann will ich... Gleich. Äh... Ich will den Großspür nicht. Ich will... das da. Das da. Obsidianrüstung... So eine Art... Ja, nehmen wir mal mit. Und Elixier schon sowieso. Was ist das da? Oh! Schwalbenschwanzrüstung kaputt. Okay. Okay. Ein Turm, glaube ich, bleibt da noch übrig. Und zwar der da drüben. Mh... Da siehst du schon blubbern da. Hurra. Top, 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 top. Mh... Abkürzung haben wir auf. Wunderbar... Sekunde. Das war hier. Ja. Weiß ich wieder mal was hin. Sehr schön. Sehr schön. Aber da oben schon. Das ist... Ei! Hi! Oh! Drecksack! Und der... Mh... Ha! 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 Und der Munition. Und dennoch werde ich jetzt noch mal kurz hier einen Geiststein benutzen. Ja, ich brauche noch einen, dass wir Enco voll haben. Und benutzen wir mal so ein. Ich brauche eh am Ritter. So. So. Dann kommen jetzt, äh, letzte der Hässlichen, gell? Okay. Wer hat den Yooka eine Knarre gegeben? Um... Hey! Ja! Ah, ah! Nein, 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 nein. So nicht. Ah, ah! Kannst du mal mit dieser scheiß spastischen Spammerei aufhören? Kannst du mal mit dieser scheiß spastischen Spammerei aufhören? Das nerft! Da! Verdienen wir einen Preis! Ha! Ha! Äh, Kyokudama! Ja! Ja! Das ist das Omniomager. Ist locker. Eine Summonie. Sehr gut. Äh, Dämonenhorn. Ich möchte das Elixier. Ha! Du! Du! Ah! Weg mit dem Mist! Hm, der ist da will ich. Ohne Trophel hat es übrigens auch gerade noch gegeben. Wir haben hier für, äh, alle vier Türme gesäubert. Vor diesem hässlichen blauen knarren bewährten Yokai. Okay. Was ist das? Oh ma, die Anhänger. Na. Okay. Äh, 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 äh. Hier geht's weiter, denke ich. Hey, ihr Arschgeigen. Na, 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 go, 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 go! auch näher auch so einer ist ein scheiße nur dass es mal wies natürlich natürlich trifft es nämlich noch diese diese soziale stirbt Elixir nehme ich gerne Gegengift nehme ich dem Pfeil möchte ich noch danke ok haben wir da auch noch Stein ja gut problem oder fast ich brauche den Schlüssel oh oh grab scheiße Aua Aua und dann spammt ihn halt einfach mal gnadenlos nochmal du sollst dich heilen William so eine dreckige Missgeburt das ist unglaublich komm machs gleich nochmal wenn es so gut funktioniert aah ja halt halt noch mehr aus jetzt soll es gern mal dass er tot ist mhm Tolkiagudam oder das ist alles ein Mist aah ok ok mi 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 Joe reg dich nicht auf mi 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 du darfst keine Emotionen zeigen beim spielen ne 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 das ist nämlich hier doob ich das darfst du nicht ne 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 das dürfen nur andere und jammern oder oh ich spiele immer noch deutlich besser wie die meisten anderen möchte ich meinen mhm 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 ja schön und gut also ich weiß schon wo das hin zeigt aber das nützt mir nix ich brauche einen Schlüssel und da ist ja nix und da im Turm geht es ja auch nicht weiter ne 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 aber oben vermutlich nicht nope die Tore gehen halt nicht auf ich glaube ich brauche da so einen Schlüssel für und mhm ja gut da wäre schon noch was aber mhm das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen oder habe ich einen Schlüssel ne ne also schlüsseln sie ist dann ja schön toll äh ah na natürlich ich was das denn jami schied jami schied schied roden ach ja dann was mit roden ich weiß es doch auch nicht ja das ist auch nur ein Turm ist hilft mir auch nicht weiter geht vermutlich immer noch nicht auf oder ne ok äh dann dann muss ich ja wohl ne da oben liegt halt was und ja ja hm wie komm ich denn da hin Da? Nö. Nö. Wie komme ich da oben hin? Weil da oben steht ja auch sogar noch einer. Da. Da oben. Da. Hier. Ach. Hier würde ich Frage. Hier würde ich Frage fragen. Wie kommt man da hin? Gehen wir den ganzen Kack mal durch. Also, dann geht man hier vorbei. Hier entlang vielleicht. Hier. Ja gut, das ist da dann. Hm. Das ist klar, aber... Da geht auch nicht auf. Ich brauche einen Schlüssel. Da dann war ich auch schon. Da geht mit Sicherheit auch nicht auf, oder? Ich habe doch alles gesammelt. Oder? Mit der Abkürzung. Ja. Da geht es zum Bad hoch. Hier war die Kiste. Die Kiste. Ähm. Ähm. Hm. Da ist auch nichts mehr weiter. Da komme ich... Hier rein. Hm. 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 Ganz schön beknackt. Darunter kommt man, glaube ich, auch nicht, oder? Ne, da haben sie zugenagelt. Ah, ist das vielleicht die Brücke kaputt? Könnte es sein? Ja! Aha. So, so. Äh. Oh mein Gott, wer bist du denn? Halt's Maul. Halt... ... ... ... ... ... Das interessiert mich nicht. Guck mal. Der Junge kann... ...der ist ein... ...Willgroser. Ach, was? Was willst du denn dauernd saufen? Aua. 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 Ach, du Scheiße. Ach, okay. Ich sollte mein normales Schwert nehmen. Ist vermutlich sinnvoller. Äh. Ja. Okay, wie war das jetzt nochmal? Ein bisschen verzwickt hier. Jaja, du mich auch. Hau mich am Arsch. Hi. Hallo. Hallo. Und... Halt's Maul. Jaja, du auch nicht. Na? Und da. Da. Block doch. Genau. Nicht nochmal. Nein. Alles. Was? Jetzt fährt er aber Poise auf, ne? Au 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 au, ich komm noch nicht weg. Was? Hallo? Alter, der Spring-Radius. Ui. Ah. Koyos Rüstung. Banditen-Axt. Tatawari-Axt. Speerkote. Koyos Rüstung. Kotschuss oder auch so was. Ja, jetzt geht's von hier auf, ja. Das sind wir jetzt direkt hier bei... Jawohl. Ehe, wir da wird's weitermachen. Geh nochmal oben zur Waffenkammer. Lois. Geht die schon auf? Jawohl. Was ist das denn? Schon sagen, sitzt da einer drin? Nein. Was ist das denn? Suikan des Omnium-Mages. Schwarz-Schwalben-Rüstung. Schwalben-Schwanz-Rüstung. Ah, irgendwas. Ja, und da hat sich irgendeine bedient. Samurai. Handrohr. Hm. Okay, dann... Ja. Äh, mal kurz aufleveln. Zwei, einen hier. Oh, ich lern sogar nur für eins. Da helfe ich doch mal eben nach. Da bin ich doch mal so nett. Äh, haben wir es denn? Na, ich lern mal einen von. Genau. So. Und noch einen in... Hm. Das hat es immer noch das sinnvollste für mich mit. Machen wir mal weiter. Feste weiter in Herz. Äh, ja. Aber ich würde jetzt mal sagen, äh, auch wenn der Part heute vielleicht etwas kürzer ist wie die anderen sonst, aber... Ich mach hier mal einen Schnitt. Weil ich glaub, beim... Nächsten Gebiet kommt nicht mehr die Welt und dann sind wir schon mal ein Bossgegner. Also, dann sagen wir mal. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Nioh. Genau. Heh, also. Tschaußen.